wo ist der seltslige Vogel nach oben David lass mich in Ruhe ich muss gerade Rene schlafen ja oh 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 du kannst gehen Lass mich einwirken ich will gegen Hanging kämpfen oh 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 nein Alter ne oh nein oh nein oh nein das ist ganz ungünstiges Bauen Bauen gerade Bauen 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 Ey Ey was soll die Scheiße Ragequiz Klassischer Fall von Ragequiz Soll die Scheiße Yay Gib 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 AHHHHH Inkompetent Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Multiplay Wir spielen Chivalry Mit dabei sind Ganesha und äh äh René äh René äh René kommt doch noch auf den Zöger Ganesha ist schon da und wir boxen uns hier schon krass hart und krass wir ich hab sogar Rechtsext wie die Wunerwein ich hab sogar rechtsext ist wie die sind Was bist du? Oh, ich spielte jetzt gleich aber an. Ach man, scheinen wieder zu spinnen. Ach, neulich. Ah, Mann! Du warst nicht mal nah genug dran, um mich überhaupt treten zu können, Alter. Ja, hat das Server offensichtlich anders gesehen. Scheiß, wie er schlecht programmiert. Auf, komm schau, lass mich rein. Scheiße. Geht doch, Alter. Ohne Spaß, Alter. Das ist aber scheiße, dass man teilweise die Klasse nicht ausnehmen kann, bis man dann wieder... Ja, das ist nachts, aber das ist irgendwie ganz komisch. Ja, das ist einfach eng. Nee, das geht nicht. Da kommt dann einfach... Ja. 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 Ja, also nachdem man getroint ist, kann man keine Klasse ausnehmen. Da war eigentlich die Klasse dann, sonst ist es einfach nur leer. Ja, und wenn man echt würde, dann auch nicht. Oh, scheiße. Hallooo. Nein, auch nicht. Der geht sicher mit dem Leichen ab. Ja, wo sonst? Ja, so nicht. Ist klar, natürlich. Aua. LOL. Ey, wenn wenigstens die Animation... Hallo, warum geht das mal? Alter, das... Hä? Du standst einfach nur da bei mir. Was zur Hölle? Ich hab Aufsicht drauf. Bei mir. Alter, das spielt schlecht, ey. Ohne Spaß. Also manchmal muss es auch ganz geil, würde ich sagen. Ja, wenn es gescheit funktionieren würde. Aua. Komm schon. Mann. Oh. Du stimmst. Ah, jetzt. Endlich. Endlich. Alter. Loll, ich hab... Loll. Ist klar, Alter. Ist klar, Alter. Loll. Ich hab mich voll erschreckt, ich dachte ich hab die Wurfbeile hier auch drauf. Scheiße. René müsste mittlerweile da sein. Ja, ich bin drauf. Geräusch gerade. Ja, ich hab gleichzeitig... Ja, ich hab gleichzeitig... Aber mir hat's halt erst... Aber... Alter. Jetzt kommt die Wurfbeile aus. Nein, 30 Blocke müssen wir uns schlagen. Scheiße. Wo ist der Spacko? Wo ist der Spacko? Wo ist der Spacko? Wo ist der Spacko? Woer oder Blocke? Wo ist der Spacko? Ja. Oh oh, gar nicht so gut, das ist nicht gleich der Keerspaw. Das ist ein Glück, dass ich genau hier gespawnt bin, du Arsch. Oh. Oh. Ja, hab ich noch. Oh, gehört sich das nicht. Jetzt kommt er jetzt an. Ich habe ein Stock, er kann nicht. Das ist ein Stock. Aber er fast beißt aus. Yes. Oh. Das ist krass, das ist ein bisschen zu dir. Oh. Wie verdient er. Oh Gott. Sehr schön, verdient er. Boah, ist es so sauernd? Bis einfach ein Heißliga-Kass zu machen. Das kann los. Alter, ich hab getreten, schon längst. Ja, und du, dein Scheiß... Alter. Ist klein. Oh Gott. Ich spieße dich zu. Ha ha ha. Ist dein Ziel. Ha ha ha. Ja. Oh Gott, schon keine Energie mehr. Ja. Bleib da! Oh, scheiße. Du kannst mich nicht outrunnen. Hau an. Nein, du drin. Mach, dann schimp sie. Oh, ich kann ... Ah, oh. Aber wundervoll, ey. Was kommt denn? Alta, ich muss bestehend was, hab ich so viel zufing. Oh scheiße. Ja! Was? Ich was rasteln! Ja! Ohohohoho! Juh! Aua! Ich war... Ich hab' das Gefühl! Baa! Ist das lächerlich, ey! Ich hab' kein Skill da tun, ey! Ich stand nicht mal in dem Feuer drin, wo es so lächerlich ist! Was ist das bei dir schon? Ich bin nur ein bisschen zufrieden! Das, was der Server und Ganesha haben, andere Herren! Wie jetzt so kuschelig! Oh ja! Was hat der verdienter Wichser? Ey, warum bin ich jetzt ein Wichser? Ja, ich hab' doch... Alle beide! Komm, ist Next Map, oder? Ja, also, es muss so eine andere Map kommen, ne? Ja! Eindringlich geht, ne? Ja! Ein bisschen zu mir noch... Noll! Das sah ganz voll sonderbar aus! Bei mir waren die Arme plötzlich oben, als es rumgefangen zu laden! Ach komm, einfach nur... Einfach nur... Ganesha? Ah, ne, halt! Nein, mit der Röse spür ich! Okay! Wer hat der jetzt auch noch vor? Ja! Hehehe! Geil! Du scheiße! Ne, was soll das?! Ich wusste nicht mehr, wer mehr war, deswegen! Jetzt haut der ab! Was ist das für eine feige Sau?! Hehehehe! Phantaktik, also? Jetzt wird er noch von David abgesnackt! Moment, diese, Moment! Hahaha! ja aber die ist es ja wenn es sich gleich klasse wie ich so weit abbleiben auch er lässt sich sofort stehen bleiben 6 wir haben ja ich bin ob es schon ist Was ist das für die fehlgeste Ruhe, ey, wie auch so? Rise, motherfucka, oh blöde. You're a fucking rise, motherfucka. Hallo. Jetzt hab ich nur jemanden gezogen, naja. Hast du da auch nicht angezogen? Boah, nein. Alter, wenn die schon nächstes gescheit angezeigt würden, so muss man ja voraus ahnen, ey, das ist ja lächerlich. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Alter, ist das los. Ist klar. Alter, ist das Spiel schlecht, ey, ohne Spaß. Ach, scheiße, ey. Bogengerecht gar nicht. Oh, eine Sache. G, G. Bleib jetzt so süß. Wahnsinn. Tsch! Ich stehe disappointment. G, 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 G. G. Ich seit dem Sachar. Ah, nein, oh! Ah, nein, oh. Oh, komm, ich stet. Oh, komm, komm, du, komm, du, komm, du. 4 1 wenn man auch nur mit Leuten die nicht in der Lage dazu sind bescheidigt lassen zu spielen mit aber ich habe es auch voll damit ja und schlägt er hat gesagt alle hohen auf das ist so lächerlich ein nur ist klar natürlich so ein ja das ist ja das freut sich auch Ah, weiter! Ah! Ja! Oh, scheiße! Den darf ich gar nicht herkennen! Ich sah das, Alter! Hättest du wohl gern... Ja, eigentlich gern so. Oh, schau, wie er sich verpisst, ey! Ja! Alter! Oh, scheiße! Ich will den Schlafgeläten... Ist klar, ich kann mich annähern... Natürlich standst du da drin! Ja! Alter, ist das lächerlich! Der macht viel zu viel Schaden dieser Welt starb! Ja, ich will den Schlafgeläten auf die Hölle passen! Loll, Alter, wie bist du... Eja, hier! Ah, sag dir doch, hier! Hier! Verkauf's mich einfach! Ja, ja, aber du brauchst und... Oh! auch natürlich zunächst die Klasse ja glaub ich aber auch ja ja ich hab den Kill bekommen das halte ich jetzt nicht für einen schlechten Scherz tut das scheiß Gebäck oh nein miese Ruhe ja 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 Ich probier's noch mal im Stock. Oh, scheiße. Der nächste hesslige Vogel an. Natürlich! Aber auch nicht, oder? Alter! 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 Warum tritt man ja nicht, Mann? Ich glaub, wie viel Leben du noch hast. Scheiße. Hallo! Lächerlich, ey! Ja, wow, ganz großer Sport, Mann. Er hat schon den Kill, aber so will ich schon die Träte überhaupt nicht. Nein! Hat sich der hesslige Selber angefühlt? Nein, das war ich. Ich glaub's nicht. Nein! Ja! Ja! Es ist lächerlich! Ich könnte nicht schärken, das vertreffen wir auch, ja. Halt deine Scheißfresse, ey! Scheiße! Aua! Oh, fuck, alter! Achtung, wieder nie Fernsehen! Nein! Du bist alt! Ich kannst noch nicht Das ist so lächerlich. Oh fuck, ich hab keine Energie mehr. Oh nein. Ah nein. Das. Das ist ein hässlicher Teil. Aua. Ja, vor Schuhe. Ins Gesicht, Junge. Halt's Maul. Ah, daneben gef... Oh fuck. Achtung, hinterher. Oh! Alter, du gesucht. Mist. Ein Schuss. Die Unfall! nào ist los! Nope. Oh lol, warum... ...nope. Oh lol, warum?! Ah AI! Nein. Scheiße. Scheiße. Na shit. Alter. Ah scheiße. Wozu? Wozu sag mir, wozu blocke ich? Du bist gestumpt gewesen. Wozu blocke ich will ich wissen. Wenn ich blocke bringt das ja nichts. Du hast doch gestumpt, da kannst du doch nicht blocken. Ja davor, wer sagt denn das? Nein, 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 das ist falsch. Scheiße. Das geht übrigens doch aus, wenn man ins Wasser läuft. Ja? Ja. Okay. Aua. Muss jetzt vorausschauend blocken. Ich glaub, sag. Das ist auch so wunderbar. Ich muss verle... Aua. Oha. Wieso hab ich das gar nicht geregelt? Habe ich auch. Das ist mir ein Bastard, ey. Was das für Spaß haben, ja total schrecklich. Nein, ihr solltet euch schämen für solche Klassen. Was? Jetzt geht's nicht los? Ich weiß. Ich weiß, dass er mich in die Stiftung kommt, aber auch wirklich mal glücklich. Es ist nur ein Abstand, das ist nur ein Abstand. er so traurig weil es ist die wenigstens aufgrund des Stadts es fängt er damit ich bin doch schon die ganze Zeit nicht mehr als seine Fresse Ich meine immer so ein leichtes Klicken zu entnehmen. Scheiße, Zuf, zu früh geblokt. Aber, das wird zu früh geblokt. Scheiße. Oh, zu früh geblokt. Scheiße. Kommt ja auch wieder. Da wird das Zeugnischen immer brennt, weiß man immer wo ist. Halt's. Guck guck. Oh, läuft ganz oft. Wow, wow, wow. Das ist sowieso der Skill. Ja genau, der Tod hatte keinen Skill. Das ist vollkommen direkt. Oh. 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 Es bleibt einfach schwierig. So schlimm. Lol. Achtung, hinterher. Oh. 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 Noch mal. Bumppe raus. Nein. Nein. NЕНN. Das wird meine Film, du Arschloch! So. Richt. Richt. Hände gerechten? Ja. Wie sinch. Saarl overload. Hey. Brenn in der Hölle. Ja. Marsch, wo bist du hin? Hä? Hulu. 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 Lass du wohl stehen? Nein. Nein. Oh, ja, ja, ja. Lass mich. Da hab ich keine Energie mehr. Uh. Oh, das war glücklicher. Kloppen diese Stunde die Kinder. Die ist klar. Ich hab's nie verkloppt, Alter. Halt's Maul, rede halt für mich, du hast wieder. Gell, hör einfach aufzureden. Hinter dir. Lamein. Vor dir. Moment, da fällt mir was. Jetzt müssen wir deinen Kopf ab. Halt mal lügen. Nur eins. Ohhhh. 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 Oh fuck. Oh god. Oh god. Alter, wenn du es nicht so voll stehen bleibst. Pfff. Da kommt die nicht so rum. Alter, ich hab... Spiel ich halt nicht gut. Ja, ist egal. Alter, spiel ich mit ihm. June, dann Nonno. Ja, okay. Okay, I'm still alive! Roller, I'm alive dude! Oh, ich hoffe, dass ich nicht mehr habe. Alter, ist das lächerlich! Ja, natürlich! Ist klar, Alter! Ja! Das ist richtig, ich rufe dich voll zum Affen. Moment, sehe ich das richtig, dass er auch die Brandbomben hat? Ja, die Brandbomben. Ja, natürlich, er darf die Brandbomben. Ja, der hat die gleiche Klasse mit dir. Ach ja, stimmt. Nein, das ist meine. Das ist meine. Ah! Oh, nein! Sag ich doch halt dich für ein fucking Gerücht! Nein! Tja, selbst, selbst, selbst! Ha! Ja! Okay, gut. User ist von deinem Kanal abgeschoben. Oh Gott! Da sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Ich glaube, ich weiß, wie es sind Ende der Folge. Saut! Saut! Ich habe Gott sei Dank den Ragequid auch noch mit drauf gehabt. Am Anfang, den habe ich auch schon aufgenommen. Schauen wir mal, wo ich den noch hinpacke. Ich danke auf jeden Fall sehr herzlich fürs Zuschauen und wir hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss! Bis tschau! Tschau! Hey, wake up! Musik Das Boot Bis zum nächsten Mal.